Während ich dieses Video gerade für euch schneide, was ihr jetzt gleich sehen könnt, fällt mir auf, wie wahnsinnig unkonzentriert ich am Tag der Aufnahme war. Vermutlich, weil ich das Video nicht aus dem Auto gemacht habe, mein Gehirn also mit nichts anderem beschäftigt war, außer mit Filmen. Und das war zu viel. Mir fehlen dauernd Worte. Ich sage dauernd die falschen Worte. Ich musste wahnsinnig viele Denk- und Ablenkungspausen rausschneiden. Ich finde, es ist relativ holprig, was so die Nachvollziehbarkeit angeht und so weiter und so fort. Das Lustige ist, dass ich schon beim Machen des Videos dachte, wow, irgendwas stresst und überfordert mich hier. Also ihr könnt es auch unter diesen Gesichtspunkten angucken, das Video. Vom Inhalt losgelöst einfach beobachten, wie verhältnismäßig wirr ich bin. Jetzt kommt aber aus der Not deine Tugend machen mit ADS am Beispiel Ikea und Gulasch. Alter, jetzt mache ich ein Video aus der Küche. So jemand bin ich jetzt. Folgendes, ich koche gerade Gulasch. Eins der wenigen Sachen, die ich ganz gut kann, um das später einzukochen, weil ich das gerne, wie viele ADSler gerne, häufig essen möchte. Denn Sachen, die geil sind, will man dauernd haben und immer hintereinander weg und immer das Gleiche genauso wie Songs. Und so hatten wir schon mal richtig. Aber ein Gulasch kostet halt einfach mal drei Stunden Zeit, um das zu kochen. Das ist halt überhaupt nichts, was man spontan machen kann. Und deswegen mache ich jetzt quasi Gulasch, um es ausschließlich einzukochen danach, damit ich dann jederzeit meine Gulaschbedürfnisse super schnell befriedigen kann. Ein weiteres Problem an Gulasch, und so kommen wir auch ein bisschen zum Thema ADS, ist, dass das wahnsinnig aufwendig und kleinteilig ist. Man hat sehr, sehr viele Zutaten, die irgendwie relativ zeitintensiv zueinander gefügt und so weiter und so fort werden müssen. Das ist also eine Herausforderung für ADS da. Und ich spüre es jetzt schon. Ich denke, jetzt mache ich es. Gott, wie ist nochmal die Reihenfolge? Wann kommt das? Wann kommt das? Wir neigen immer dazu, Sachen entweder zu spät oder zu vergessen oder, uh, das hätte Feuer und wie stark heißt eigentlich angebraten und so weiter und so fort. So ein Ding kann ein richtiges Projekt für einen werden. Ich merke also diesen Stress und wende jetzt zum ersten Mal eine Technik an, die ich mir selber beigebracht habe und ich nenne es aus der Not eine Tugend machen. Und zwar habe ich damit angefangen mit Ikea-Möbeln oder generell Aufbaumöbeln. Wenn man sowas kauft, will man sofort das Möbelstück haben. Ist ja vollkommen klar, geht jedem so. Aber ADS, da macht das wahnsinnig, das Aufbauen. Und nicht, weil das Aufbauen notgedrungen keinen Spaß macht, so wie das Kochen nicht notgedrungen keinen Spaß macht, sondern das Chaos, was dabei entsteht, nervt. Und man muss sich dafür die Bedienungsanleitung durchlesen, aber gleichzeitig hassen wir es, irgendwas zu lesen, denn wir wollen halt sofort loslegen. Es geht nicht nur darum, dass wir sofort das Gulasch oder das Möbelstück haben wollen, sondern wir wollen sofort anfangen. Wir sind jetzt voll im Yes, jetzt geht es los und dann müssen aber vorher noch Sachen erledigt werden. Und das ist wahnsinnig stressig, auch bei Ikea-Möbeln. Wenn man hat also tausend Tüten und alle weißen Dinger sehen gleich aus, wie soll daraus denn ein Schrank werden? Das nervt wie Sau, man will das später nicht suchen, immer wenn man nicht vorbereitet ist, muss man erst recht suchen und nochmal gucken, wo sind die Schrauben und so. You get the picture. Das ist das, was mich zumindest am aufwendig Kochen und auch an Ikea-Aufbaumöbeln nervt, ist der Teil, der davor passiert. Und daraus resultiert eben eine enorme Unordnung. Ich trete dauernd in Nägelreihen, ich vergesse Sachen, ich verliere Sachen, ich mache Sachen doch in der falschen Reihenfolge und so weiter und so fort. Das nervt, aber vor allem die Vorbereitung am Anfang ist ekelig. Und dann habe ich bei Ikea-Möbeln einfach angefangen, etwas zu nutzen, was ich als ADHSlerin habe und eigentlich ganz cool finde, nämlich dieses Gen-Super-Bock grundsätzlich auf Ordnung zu haben, also auf Sortieren. Ich sortiere gerne, ich mache gerne Inventur. Wenn man mir einen großen Haufen irgendwas Unordentliches geben würde, würde ich das unter bestimmten Umständen eigentlich mögen, das auseinander zu sortieren und zwar nach Genre und nach Dings und nach hier und dann noch nach Größe. Ich habe eine riesige Stocksammlung, bei der ich mal ein Video machen werde. Vielleicht, ich habe Stöcke gesammelt und die habe ich neulich einfach in der Größe, Dicke und Sinnhaftigkeit sortiert. Also wir sortieren gerne. Warum das nicht nutzen? Warum also nicht bei einem Ikea, um da noch schnell hinzukommen, bei einem Ikea-Möbelaufbau-Ding sich nicht durcheinander bringen lassen, sondern das ganze Projekt in zwei coole Teile teilen. Nämlich der erste Teil ist, wir sortieren Sachen nach Größe und nach Dings und so. Das macht wahnsinnig Spaß. Das macht mir wahnsinnig Spaß, Pakete auszupacken und Sachen ordentlich hinzulegen. Warum stresst es mich also bei Möbeln? Deswegen mache ich das in letzter Zeit. Wenn ich so ein Ikea-Paket habe, dann packe ich erst mal alles aus. Der Plan ist über, ich nehme mir gar nicht vor, das jetzt aufzubauen, sondern meine Aufgabe in diesem Moment ist einfach nur, wir sortieren dieses Paket nach. Was ist es überhaupt? Was muss wohin? Schön, was auch einfach Sinn macht, die ganzen Schrauben und so weiter, in Schüssel machen und so weiter und so fort. Und das Ziel ist nicht, den Schrag aufzubauen, sondern nur Ordnung in dieses Puzzle zu schaffen. Und wenn man das erst mal hat, dann wiederum hat man ein perfekt vorbereitetes Buffet an Sachen, in die man nur noch reingreifen muss, wenn man sie benutzen muss. Und entweder geht man dann aufs Klo oder baden oder guckt was im Fernsehen und baut eben nicht den Schrank auf, hat aber beim nächsten Mal, wenn man den Schrank aufbaut, das befriedigendste vorgearbeitete Dings der Welt. Nämlich eine Schüssel mit Holzdingern und eine Schüssel mit diesen Schrauben und eine Schüssel mit diesen Schrauben. Und da sind die kleinen Bretter und daneben sind die großen Bretter. Und dann macht es nämlich richtig, richtig, richtig Spaß aufzubauen. Wie beim Lego-Basteln. Nur Anfänger haben alle Lego-Steine auf einem großen Haufen. Wir Freaks haben kleine Kinderteller oder Sammelschalen, in denen wir entweder nach Größe oder Farbe oder Art sortieren. Das ist die Hälfte von Lego-Klemmen oder Klemmbausteine spielen. Ist genau das, dieses autistische... Ja und ja, autistisch ist nicht falsch benutzt hier. Ich habe das. Das autistische Bedürfnis nach Kleinteiligkeit und Ordnung, das soll so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Ich will das nach meiner Ordnung vorbereiten. Und wenn man das hat, nur das ist bei Lego vollkommen klar, das ist die Hälfte des Pfannes. Also warum es nicht auch bei Ikea-Möbeln zu einem Pfann machen? Und warum es nicht beim Kochen zu einem Pfann machen? Und jetzt werde ich nämlich deswegen überhaupt dieses Video, das hier auch anwenden und euch eigentlich nur ganz kurz zwischendurch, denn ich will es nicht so lange machen, zeigen, was ich meine. Denn so ein Gulasch besteht aus tausend Sachen, verschiedene Arten von Flüssigkeiten wie Brühe und Wein und verschiedene Arten von Gemüse, die alle kleingeschnitten werden müssen und zu unterschiedlichen Zeiten in die Pfanne müssen und aus Fleisch, das zu einer ganz anderen Zeit in die Pfanne muss und sehr viele Gewürze und so weiter und so fort. Also habe ich mir, ich werde euch das gleich zeigen, das hier alles vorbereitet. Mein Plan jetzt ist einfach nur Gulasch vorbereiten, nicht Gulasch machen. Denn dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Wenn ich jetzt denke, ich mache Gulasch, will ich eigentlich braten und rühren und blubblubblub. Ich will nicht vorbereiten. Deswegen habe ich das nicht vor, sondern ich sortiere jetzt einfach Zwiebeln und Knoblauch und Paprika und so nach Größe und Art in verschiedene Schüsseln und wann sie angebraten werden müssen. Und das wird mir Spaß machen. Und im besten Fall wird daraus ein Gulasch danach. So, ich fange mal an. Also, ich habe jetzt in der Zwischenzeit alles gemacht und bei mir sieht es jetzt erstmal folgendermaßen aus. Wir haben hier Zwiebeln und Knoblauch, Tomato und Paprika und Fleisch. Alles Sachen, die zu unterschiedlichen Zeiten da rein müssen. Sie sind alle super schön in so Schüsseln. Plus, ich habe die Arbeitsfläche ein bisschen abgewischt. Nicht, weil ich grundsätzlich so bin, sondern weil das irgendwie die Sachen schöner und einfacher macht. Und ich das Gefühl habe, dass dieser Teil ein Gulasch vorbereiten, damit professionell erledigt ist. Hier ist die Pfanne, in der ich das gleich alles braten will. Und hier ist einfach, was ich noch brauche, Gewürze. Da hat sich schon ein kleiner Fehler eingeschlichen, der mir später in den Arsch beißen wird. Dazu später mehr, aber nur ein kleiner Spoiler. Und hier ist einfach, was ich noch brauche, Gewürze. Pipapo, schon abgemessener Rotwein. Denn wenn ich das erst nachher mache, dann dreht garantiert irgendwas an. Hier verschiedene Fonds, wo ich nicht sicher bin, ob sie reichen. Also es ist ein Notfallfonds, der aber noch nicht aufgemacht wird. Verschiedene Gewürze. Das ist übrigens aus dem Garten. Yay! Und das ist nicht aus dem Garten. So habe ich es jetzt hier aufgeräumt. Ich habe, das sieht nicht super heiß aus, ich weiß, aber sogar hier auch noch ein bisschen drüber gewischt. Und zwar einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, dass es gleich Spaß machen soll, hier zu kochen. Also ich nehme an, ihr versteht den Punkt, richtig? Denn ADHSler sind ja auch Ästheten. Wir wollen, dass das schön aussieht. Ich will nicht, dass das in der Originalverpackung rumliegt. Und so war es bis eben. Und ich habe es einfach zur Seite gemacht. Ich habe mir das ästhetisch hin sortiert, damit es aussieht wie im Kochfernsehen. Und damit ich gleich viel mehr Spaß haben kann daran, damit tatsächlich zu spielen, damit zu kochen. Und das ist auch nicht ungewöhnlich für ADHSler. Auch wenn uns immer Unordnung vorgeworfen wird, was stimmt, sind wir gleichzeitig, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, enorm auf der Suche nach Ordnung, damit innerlich mehr Energie ist für die innere Unordnung quasi. Wir neigen also dazu, unsere Arbeitsplätze sehr wohl aufzuräumen. Viele ADHSler können am Schreibtisch gar nicht anfangen zu arbeiten, bevor sie nicht den Schreibtisch oder sogar das ganze Arbeitszimmer aufgeräumt haben. Es ist wirklich ein Ding. Denn erst dann, wenn alles von außen übersichtlich aussieht, können wir uns dem Inneren oder der Arbeit, die dann ansteht, die für uns kaotisch sein wird, widmen. Deswegen räumen wir Sachen auf. Und natürlich räumen wir Sachen nicht wirklich auf, sondern wir machen einfach nur kleine Haufen, die aussehen, als wäre es aufgeräumt. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Hier ist alles super schick. Alles sieht so aus, als muss es. Aber ich habe natürlich auch Müll und Abfall und Abwaschkram gehabt, den ich nicht wirklich weggeräumt habe. Aber ich habe einen schönen Doompeil draus gemacht, nämlich hier. Hier ist, darum müssen wir uns gleich noch kümmern. Keine Ahnung, was wir damit machen wollen. Und da hinten ist, ich lege die Tomaten einfach nur dahin, wo sie grob hingehören, obwohl es mich eigentlich jetzt schon nervt, dass, oh, jetzt will ich die auspacken, dass da noch Verpackung dran ist und so. Aber das gehört ja nicht zu meinem Arbeitsbereich. Mein Arbeitsbereich ist das hier. Und hier ist es wunderschön, wunderschön. Und ich sehe mich gleich wie eine richtige Prinzessin mit so einem Kochlöffel in der richtigen Reihenfolge Sachen in die Pfanne schmeißen und ein Gulasch machen. Aber nicht jetzt. Jetzt mache ich erst mal eine Pause, denn meine Aufgabe ist fertig. Meine Aufgabe war, ein Gulasch vorzubereiten. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Und die Doompeils lasse ich entweder für Christoph liegen oder kümmere mich da später um. Ich setze mich jetzt hin, ich glotze einmal kurz in den Garten und dann komme ich vielleicht und mache eventuell ein Gulasch. Also ich hoffe, dass euch das irgendwie helfen konnte. Das ist ein kurzes Video. Aber es ist ein so einfacher Trick, der mir trotzdem noch nicht eingefallen ist. Sachen sortieren, nutzen. Nutzen, um den Teil, den man sonst selber super krass unordentlich macht, irgendwie zu verhindern im Grunde. Also beim nächsten Ikea-Möbel seid ihr nicht überfordert, sondern nehmt euch nur vor, alles schön nach Größe und Art zu sortieren. Und dann macht das Aufbau noch Spaß. Und dann guckt man sogar eine Gebrauchserleitung manchmal, weil man eben nicht erst mal gucken muss, wo bin ich denn eigentlich? Und wisst ihr, was auch hilft, ist übrigens diese Ikea-Aufbauerleitung einfach abzukreuzen mit so einem Haken. Weil wie oft ich den dritten Schritt schon zweimal gemacht habe oder den fünften Schritt, der noch gar nicht dran war, Übersicht, es geht immer um Übersicht. Und wenn die eh schon da ist, macht es Spaß. Also beim nächsten Möbelaufbau einen Stift, um abzukreuzen, was man gemacht hat. Super viele kleine Schüsseln. Und dann baut ihr einfach, wie dieses Buch Kunst auf Räumen. Dann macht ihr einfach coolen Kram mit dem Schüssel, der jetzt irgendwie in den Ordnung muss. Hilft das? Ja, stimmt. Hm, klassisch. Facettig, also beziehungsweise ich habe die Verabschiedung aufgenommen, bevor ich überhaupt fertig war und wollte jetzt noch schnell sagen, wartet, ich habe Fehler gemacht. Und zwar bei den Gewürzen. Ich dachte, ja gut, die stehen ja alle da, die ich brauche. Fakt ist, man braucht aber für Gulasch Teelöffel-weise Gewürze. Und aus diesen Streuern kommt das ja nicht raus. Und als ich dann würzen wollte eben, bin ich schon hier total unter Stress geraten, weil ich dachte, äh, welche Seite, äh, was ist anderthalb Teelöffel? Äh, ne? Und dann dachte ich, ah, hätte ich mal das und sieht ja auch niedlich aus. Und so Eierbechern könnte man sich ja vorher schon die Gewürze so hinmachen, genau in der Menge, in der man sie braucht. Also, da war ein kleiner Fehler. Und was ich noch ergänzen möchte, ich habe auch, ne, das möchte ich nicht ergänzen. Jetzt kommt die Verabschiedung. Ciao! Stellen Sie sich raus, ich bin immer noch nicht fertig. Ich merke nämlich jetzt so, während das Gulasch einmal aufkochen muss und dann 10.000 Stunden vor sich hin kochen muss. Das ist jetzt natürlich noch der Teil kommt, den alle Kinder hassen, nämlich aufräumen. Und ich, auch ich, mich nervt es jetzt schon wieder. Und dann denke ich sofort, jetzt, ey, da unter den Umständen will ich nie wieder kochen. Weil ich natürlich trotzdem lauter Schmutz gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich selber erwischt zu denken, ja, aber du drehst ja gerade ein Video darüber, irgendwie aus einer Not eine Tugend zu machen. Also werde ich versuchen, das aufräumen, ähm, auch als das, äh, zu sehen. Nämlich als ein... Was will der Herd? Was ist dein Ding? Ich versuche es jetzt einfach, ach, im Grunde so zu sehen, wie diese Ikea-Gulasch-Herstellungsübung. Und lasse mich nicht überfordern davon, dass hier super viel Stuff rumliegt, sondern werde es mir nach Themen aufteilen. Ich werde also erst mal alle Sachen, die wieder in den Kühlschrank oder irgendwo anders wohnen, einfach Lebensmittel, an ihre Orte bringen. Und ich, dann nach und nach werde ich mich wahrscheinlich, werde ich das so nach Teller und Bretter und Besteck sortieren und nach Müll. Ich werde mir solche Häufhaufen machen. Ja, das ist wie so eine wehre Mülltrennungsaufgabe ist, die ich jetzt habe. Werde ich mal versuchen. Ich will ehrlich sein, hier fällt es mir sehr schwer, aus der Not eine Tugend zu machen. Und, ähm, eine Sache noch, ich will ganz ehrlich sein, normalerweise müsste ich das, glaube ich, auch nicht machen, denn mein Mann ist ganz toll und macht das manchmal für mich. Einfach, weil er weiß, dass es so anstrengend war bis dahin für mich und er ja auch was davon hat, dass er dann einfach die zweite Hälfte macht. Aber ich schäme mich jedes Mal ein bisschen dafür und hinterlasse deswegen nur so Pseudo-Unordnungen. Also ich räume einen großen Doom-Pile vorher. Das muss abgewaschen werden, das macht er nämlich und den Rest mache ich. Also das werde ich jetzt machen, aber es hat halt nicht jeder einen Christoph, der das macht für einen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Der muss jetzt nämlich arbeiten und es wäre total assi von mir, das jetzt einfach stehen zu lassen. Also mache ich es, aber ich versuche Spaß zu haben. Hier ist das Gulasch und jetzt habe ich tatsächlich eins, zwei, drei Doom-Piles gemacht aus dem Stuff, der hier überall komplett gleichzeitig rumlag und mich deswegen gestresst hat, weil es unübersichtlich war. Und jetzt habe ich einfach nur alles in Doom-Piles sortiert. Erstmal, hier sind Lebensmittel, die noch weggeräumt werden müssen. Hier ist Abwasch. Huch, du gehörst gar nicht hierhin. Spoiler. Hier ist Müll, verschiedenster Müll, aber er stresst mich nicht mehr, weil er jetzt auf einem Haufen weiß und ich das gleich sehr entspannt machen kann und schon so eine Art Pre-Ordnung hat. Hier ist Abwasch, Sachen, die irgendwo geräumt werden müssen, dass Christoph das macht und hier ist Stuff aus Stoff, der weg muss. Und wenn ich das mache, drei Schritte sind das, muss ich hier nur noch drüber wischen und dann bin ich, glaube ich, die coolste. Nur weil ich wusste, dass ich das filme, habe ich das so ordentlich gemacht. Aber ich möchte versuchen, das in Zukunft zu machen. Es scheint mir die Lösung meiner Aufräumprobleme zu sein. Ciao! Es ist jetzt diverse Tage später. Ich schneide das Video gerade und muss der Fairness halber sagen, wie es mit dem Gulasch ausgegangen ist, nämlich richtig beschissen. Und zwar wieder wegen ADHS. Im Grunde eine Frage von Nicht-Nachdenken, Impulsiv und Ungeduld. Denn als ich das Gulasch eingekocht habe, dafür werden die Gläser in einen Einkochtopf gestellt und in heißem Wasser einfach eine Stunde lang gekocht. Also die Gläser werden in heißem Wasser gekocht. Natürlich wird in der Zeit ein bisschen Wasser verdunsten, was man dann nachgießen muss. Und der Moment des Nachgießens habe ich einfach den absoluten Klassikerfehler gemacht, nämlich in kochendes Wasser einfach kaltes Wasser nachgegossen, weil ich zu faul war, erst den Wasserkocher anzumachen und weil ich nicht nachgedacht habe. Ich hätte es wissen können. Und genau in dem Moment sind drei von vier Gläsern geplatzt. Ich hatte also noch ein Glas Gulasch. Ja, das war lecker, aber das war einfach so wahnsinnig dämlich. Also wieder ein perfekter ADHS-Zirkel. Ich habe das ganze Ding dann irgendwann nochmal wiederholt. Ein paar Tage später, weil ich so frustriert war und da hat es funktioniert. Und jetzt habe ich ein gekochtes Gulasch und ja, das ist super lecker. Aber alter, das war ein Ritt. Auch da nochmal der Hinweis, ich bekomme kein Geld hierfür. Wenn ihr mich für diese Arbeit, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt, unterstützen wollt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr eine Mitgliedschaft hier bei YouTube abschließt. Der Button dafür ist unter dem Video. Wenn ihr am Computer seid, am Handy glaube ich nicht, dann könnt ihr mir einfach im Monat fünf Euro zahlen aus Freundlichkeit. Es gibt keine Geschenke, es gibt nichts Exklusives. Es wäre nur eine Art von euch zu sagen, ey, deine Arbeit ist mir das und das wert. Könnt ihr auch nur einmal machen, kann man eh dauernd kündigen. Also man ist relativ safe dabei. Ciao! Ciao! Vielen Dank.